Und live im Studio begrüße ich jetzt SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Danke fürs Kommen. Guten Abend, Frau Schnabel. Frau Rendi-Wagner, ich würde gerne mit Ihnen beim vorigen Donnerstag beginnen. Da hielt bekanntlich der ukrainische Präsident Zelensky eine Videoansprache im Parlament und mehr als die Hälfte der SPÖ-Abgeordneten waren nicht im Plenarsaal. Was war da los? Also mir tut es persönlich leid, dass ich an dem Tag, an dem Donnerstag, nicht im Parlament sein konnte, die Rede nicht selber hören konnte, weil ich am Vorabend erkrankt bin, mit Fieber nach Hause gegangen bin. Wir hatten ja auch Parlamentssitzung. Ich bin am nächsten Tag mit Fieber wieder aufgewacht und einem Schnupfen, der sich gewaschen hat im wahrsten Sinne, habe eine Rede eigentlich vorbereitet, die ich halten wollte. Also mir persönlich tut es leid, dass ich nicht dort sein konnte. Fakt ist, und das ist mir wichtig in dem Zusammenhang zu sagen, dass die Sozialdemokratie eine klare Positionierung hat seit dem 24. Februar 2022, Beginn des Krieges, was den Ukraine-Krieg betrifft. Das ist ein nicht zu rechtfertigender Angriffskrieg Russlands auf ein freies, souveränes Land, die Ukraine. Und wir haben uns immer für Solidarität mit der Ukraine, der ukrainischen Bevölkerung eingesetzt, für humanitäre Hilfe und haben auch alle Anträge im Parlament der Regierungsparteien von Anfang an unterstützt und ihm auch die Sanktionen auf europäischer Ebene mitgetragen. Was passiert ist, das Bild, das Sie angesprochen haben, mit dem Fehlen von Abgeordneten, ist eines, wo ich sage, das ist kein gutes. Also wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein schönes Bild, dann wäre das einfach nicht nachzuvollziehen, auch aus meiner Sicht nicht. Aber dafür, Frau Rendi-Wagner, sind ja Sie als Klubobfrau, als außenpolitische Sprecherin, als Parteivorsitzende verantwortlich. Ich sage gerade, die Abgeordneten sind aber frei zu wählen, frei zu sagen, ob sie kommen wollen oder nicht. Und die, die immer den Klubzwang so kritisieren, muss ich sagen, das war eine Veranstaltung und keine Parlamentssitzung. Es war eine Einladung des Herrn Wolfgang Sobotka an Bundesrat, an Nationalrat, an Regierung. Und im Übrigen, wenn wir vom Bild sprechen, das war nicht gut, was die Sozialdemokratie dort abgegeben hat, durch die Absenzen verschiedener Begründungen, die ich zum Teil nachvollziehen, zum Teil nicht nachvollziehen kann. Da geht es mir so wie Ihnen. Aber, dass nur zwei ÖVP-Regierungsmitglieder auf der Regierungsbank bei dieser wichtigen Rede gesessen sind, ist auch kein gutes Bild. Frau Rendi-Wagner, bleiben wir bei der SPÖ. Für die sind Sie ja bekanntlich aktuell verantwortlich. Jetzt Osteuropa-Experte Paul Lendweil nannte das eine Schande für die Sozialdemokratie, den Bruch der Werte der Sozialdemokratie. Und Sie sind logischerweise für die Führung der SPÖ zuständig. Wenn Sie zum Jahrestag heuer fordern und sagen und betonen vor allem die größte Stärke, Zitat, innerhalb der EU ist die Geschlossenheit, so müssen Sie doch ja selber vor sich gehen und sagen, aber in der SPÖ nicht einmal im Klub sind wir geschlossen, was in dieser außenpolitischen, wirklich so wichtigen Frage unumstößlich ist. Wo steht die SPÖ? Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Wir haben eine unumstößliche Solidarität. Die ist unumstößlich mit der Ukraine, mit der ukrainischen Bevölkerung. Und das wird auch weiterhin so sein. Das ist für mich als außenpolitische Sprecherin ja ganz, ganz wichtig. Ich bin in einem ganz regelmäßigen Austausch mit dem ukrainischen Parlament seit über einem Jahr, mit dem ukrainischen Botschafter hier in Österreich. Und ich hänge das nicht an die große Glocke. Da hole ich keine Kameras und Interviewpartner, um das groß zu inszenieren, weil es mir wirklich um die inhaltliche Achse und Solidarität geht und um den Austausch. Das Bild vom Donnerstag, da gebe ich Ihnen recht. Das werde ich nicht beschönigen. Da werde ich niemanden verteidigen in der Form. Das ist kein Gutes. Aber auch zwei Regierungsmitglieder auf ÖVP-Seite finde ich ein bisschen mager. Aber wer ist denn dafür verantwortlich, wenn Sie sagen, Ihr eigener Klub gibt ein so desaströses Bild in der Frage? Naja, wir haben schon erwachsene Abgeordnete. Das ist eine Veranstaltung gewesen. Das ist keine Parlamentssitzung gewesen. Da gibt es keine Anwesenheitspflicht. Da gibt es auch nicht diesen berühmten Klubzwang, den Klubs ja haben, der oft kritisiert wird und diskutiert wird. Wenn man ihn braucht. Kann man lange drüber reden. Genau, wenn man ihn braucht. Den gibt es da auch nicht. Also jeder Abgeordnete kann das für sich entscheiden. Gut. Diese Führungsfrage, da haben Sie allen Ihren Kritikern jetzt eigentlich ja, wie soll ich sagen, das ist Wasser auf deren Müll. Denn die sagen, das ist ein Führungsversagen ihrerseits, dieses Bild, das abgegeben wurde. Und ich würde gerne Ihnen etwas vorlesen. Sie kritisieren ja bei jeder Gelegenheit die FPÖ. Die hat aber ganz klar gemacht, sie wird eine Protestaktion dort abliefern, hat sie auch getan. Und jetzt kommt Falter, Schiffredakteur, Klänk hat sich die Arbeit gemacht, bei ihren Abgeordneten nachzufragen. Und da kommen mitunter Aussagen, warum dort gewisse Abgeordnete fehlten. Unter anderem, ich würde Ihnen das gerne vorlesen, denn ein, gemeint ist Selensky, kriegsführender Staatschef, der Kriegspropaganda, Zitat, betreibt, die Gewerkschaft in seinem Land bekämpft und angeblich streuend Phosphatbomben auf Unschuldige abwirft, hat in einem Parlament eines sich zur Neutralität bekennenden Landes nichts zu suchen. Da sagt Ihre SPÖ-Bildungssprecherin, inwiefern unterscheidet man sich hier von der FPÖ? Ich lehne diese Aussage entschieden ab. Ich finde diese Aussage grundfalsch. Soweit ich weiß, hat sie sich jetzt in den letzten zwei Stunden dafür bereits korrigiert, selbst auf Twitter. Sie ist aber nicht die Einzige. Aber ich sage Ihnen, ich lehne das ab. Das ist nicht die Position der Sozialdemokratie. Die Frage ist nochmal anders. Diese Rede von Wlodomir Selenskyj war die für Sie mit der Neutralität Österreichs im Parlament vereinbar? Also ich habe diese Rede so wahrgenommen, dass der Präsident dort stellvertretend für die ukrainische Bevölkerung gesprochen hat, vor dem österreichischen Parlament, vor der österreichischen Bundesregierung, sich auch bedankt hat bei der österreichischen Bevölkerung, für die humanitäre Hilfe, die ja in Österreich geleistet wird, von tausenden von Österreicherinnen und Österreichern. Und ich habe diese Rede absolut mit der österreichischen Neutralität vereinbar gehalten, werde das auch künftig halten. Und ich halte eine Solidarität mit der Ukraine, mit unserer Neutralität selbstverständlich vereinbar, weil unsere Neutralität natürlich nicht heißt, dass wir moralisch hier einfach neutral sind, sondern militärisch neutral. Aber Frau Reni-Wagner, um das Thema abzuschließen, übernehmen Sie die Verantwortung? Und ich finde es nicht gut, dass es diese Positionen oder dass es diese Meinungen gibt. Und im Übrigen hatten wir sehr viele Diskussionen im Klub, intern, schon zur Ukraine, auch mit Expertinnen und Experten. Und da hat die besagte Abgeordnete zum Beispiel, die eine Befürworterin von Hans-Peter Toskocil ist, und ich fände auch interessant, was Hans-Peter Toskocil dazu sagt. Das kann ich Ihnen sagen, in der ZIB 2 hat er gesagt, Naja, dann wird er das auch nicht gut finden. Nein, es war ein Fehler. Ich weiß es. Ein Fehler auch der SPÖ-Führung. Deswegen sage ich es ja. Man wäre im Parlament gewesen. Deswegen sage ich es ja, Frau Schnabel. Aber machen wir jetzt einen... Aber ich denke, die Verantwortung liegt schon bei Erwachsenen, Abgeordneten. Und diese Aussagen sind nicht zu entschuldigen. Sie wollen ja nicht nur SPÖ-Vorsitzende bleiben. Sie wollen ja auch Spitzenkandidatin der SPÖ sein, bei der Nationalratswahl und Regierungsverantwortung übernehmen. Wenn Sie den eigenen Klub nicht im Griff haben, Klubzwang hin oder her, in so einer wichtigen außenpolitischen Grundsatzfrage innerhalb der EU, wie wollen Sie denn da eine Regierung führen? Aber ich sage Ihnen schon noch einmal, das war keine Parlamentssitzung. Der Klub und die Klub-Vorsitzende, und ich war nicht da, ich war erkrankt. Also das darf ich jetzt noch einmal sagen. Ich war an dem Tag nicht da. Also ich kann Ihnen vor Ort nicht sagen, wie die Abläufe waren. Da müssen Sie meinen Stellvertreter hier ins Studio einladen, wenn Sie genaueres wissen. Aber ich frage mich auch, wo ist die Anwesenheit der ÖVP-Bundesregierung gewesen? Das haben Sie schon mehr alles gesagt. Naja, zwei Minister, darüber wird nicht berichtet. Auch das ist kein gutes Bild. Frau Rendi-Wagner, kommen wir zur Mitgliederbefragung und zu dieser SPÖ-Führungsfrage. Da gibt es massive Kritik daran am Prozedere. Eigentlich sollte die ja gar nicht bindend sein, sagt der Bundesgeschäftsführer. Und es gibt auch noch eine Kritik am Prozedere, unter anderem von Hans-Peter Dorskotzil, der sagt nämlich, es gibt nicht einmal ein Wahlregister. Es gibt kein Abstimmungsverzeichnis. Wie wollen Sie denn da als SPÖ-Führung sicherstellen, dass da nicht doppelt abgestimmt wird? Zum Beispiel postalisch und auch online. Also da gibt es ganz klare Beschlüsse, die das zuständige Gremium, nämlich der Parteivorstand, letzte Woche getroffen hat. Und für den Ablauf der Wahl, der Mitgliederbefragung, das ist keine Wahl, sondern die Mitgliederbefragung, ist die Wahlkommission zuständig. Ja, aber gibt es ein Wahlregister bis dahin oder nicht? Das wird die Wahlkommission, natürlich wird es das geben. Und die Wahlkommission ist für alle Vorgänge, Kontrollen, Auszählungsverfahren, wie die passieren, verantwortlich. Und im Übrigen wird erst nächste Woche nach den Osterfeiertagen tagen das erste Mal und wird dort die Festlegungen treffen. Und da kann ich mich sicher nicht einmischen, werde das auch nicht tun, weil die natürlich unabhängig handeln müssen. Und Sie werden sich auch nicht einmischen oder dafür vielleicht noch einmal gutieren, dass man sagt, es soll eine Stichwahl geben, die ja anderer Herausforderer Andreas Babler unbedingt wünscht. Weil wahrscheinlich bei so vielen Mitbewerbern keine absolute Mehrheit von einem Kandidaten oder einer Kandidatin erreicht werden wird. Also ich glaube, wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass wir ein Regelwerk haben, dass wir Statuten haben. Es gibt Redaktionsstatuten, wonach Sie sich zu halten haben wahrscheinlich und andere ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt auch Parteistatuten, das ist ein Regelwerk, das sind Grundlagen, auf deren Basis wir Entscheidungen treffen. Und die sagen, das ist eine Mitgliederbefragung, die ist eine Orientierung, beziehungsweise die gibt das Willensbild der Mitglieder oder schafft ein Willensbild der Stimmung. Nein, das ist eine Interpretation. Aber es ist eine Willensbekundung der Mitglieder. Und das ist eine Orientierung dann für den Bundesparteitag, wo dann eine demokratisch legitimierte Entscheidung, eine Wahl stattfindet. Jetzt wird es aber interessant, weil für Sie ist das ja mehr, auch wenn diese Befragung nicht indend sein soll. Heißt das aber, Sie bleiben dabei. Und wenn Sie nur eine Stimme hinter dem Erstplatzierten liegen, dann treten Sie zurück und werden sich auf der Politik verabschieden. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich dieses Ergebnis natürlich respektieren werde, was sonst. Dass ich auch mich im Gegensatz zu meinen zwei bekannten Mitbewerbern nicht auf, im Fall eines nicht Sieges, nicht ersten Platzes, nicht auf ein politisches Amt einfach gemütlich zurückziehen werde, sondern dass ich dafür bin, hier einen ehrlichen Schlussstrich zu ziehen. Noch vor dem Parteitag? Sollte ich nicht das meiste Vertrauen bekommen. Aber Frau Schnabel, ich hoffe natürlich, dass ich hier mehrheitlich das Vertrauen der Mitglieder bekomme, weil ich sehr, sehr gerne weiterarbeiten möchte, so wie die letzten vier Jahre mit dem Fleiß, dem Einsatz, dem Verantwortungsbewusstsein, das ich hier an den Tag gelegt habe, für unser Land, aber vor allem mit unserer Partei. Da bilden sich die ersten Lager. Die Frauen unterstützen bekanntlich Sie. Und jetzt schließt sich der Kreis noch einmal zum nächsten Donnerstag im Parlament. Die Kritik vor allem an Ihrer Führung, die betrifft die Parteizentrale, die betrifft vor allem den Bundesgeschäftsführer, die betrifft die Strategie, beziehungsweise vor allem die Kommunikation. Und das würde ich gerne an einem Beispiel festmachen, denn das geht viral nur seit Tagen. Wenn wir uns das kurz anschauen können, es hat ja Neueintritte in die SPÖ gegeben, also neue Mitglieder, auch für diese Befragung. Wir sehen uns das kurz an. Und da sind jetzt Sujets zu sehen, wie Liebe ist rot. Frau Rendi-Wagner, vielleicht können Sie uns erklären, Sie waren schon einmal bei mir. Finde ich jetzt nicht schlecht, oder? Aber was heißt das? Entschuldigung, das ist Social Media. Also so wie man sich anzieht, kleidet, sind Social Media Sujets und Bilder Geschmacksfrage. Das ist eine Geschmacksfrage, eine persönliche. Das ist eine neue Art, moderne Botschaften zu transportieren. Ich nehme mir nicht heraus, Frau Schnabel, dass ich Social Media Expertin bin und weiß, wie solche Kanäle, die eine komplett neue Art der Kommunikation darstellen, funktionieren. Dafür gibt es Expertinnen und Experten. Und wir haben ein junges, sehr engagiertes Social Media Team, das das macht. Und es gibt auch eine ganz klare Statistik dazu, ob man erfolgreich ist oder nicht. Und da liegen wir im Vergleich zu anderen Parteien, die haben Sie sich hoffentlich auch angeschaut, weit, weit vor der FPÖ, der ÖVP und anderen Parteien, auch den Grünen, was die Weiterverbreitung, die Reichweite, sagt man, oder die Nikes, sind die neuen Sprachen, die man hier anwendet, was diese Social Media Aktivitäten betrifft. Also, wissen Sie, in einer Zeit wie dieser, dass wir über Bilder dieser Art sprechen, wo es um eine existenzielle Frage unserer Partei geht, wie wir hier aus dieser Phase herauskommen, so schnell wie möglich, um wieder eine geeinte, gestärkte Sozialdemokratie zu gehen, reden wir über Social Media-Systems. Ich glaube, hier werden die Wertigkeiten nicht ganz richtig sein. Nein, die Frage ist ja, was uns die Partei damit sagen will. Und jetzt schließe ich noch einmal mit der letzten Frage. Die Partei sagt, wir sind froh über alle Mitglieder. Das ist eine neue Sprache. Die spreche ich nicht und die sprechen Sie wahrscheinlich auch nicht. Wir haben in der Redaktion auch geredet, wie viele andere, was das heißen soll. Letzte kurze Frage. 2019 sind Sie hier im Studio gestanden und ich habe Sie gefragt, was ist das Alleinstellungsmerkmal der SPÖ unter Pamela Rendi-Wagner? Können Sie es mir in einem Satz heute sagen? Also, ich glaube, jeder hat seinen Stil. Jeder Mensch ist anders. So wie wir anders sind, ist jeder der Mitbewerber anders. Aber ich glaube, das Bild Sozialdemokratie unter Pamela Rendi-Wagner ist das, was sich alle jetzt vier Jahre machen konnten. Einen Satz, Frau Rendi-Wagner? Nein, einen Satz, Frau Schnabel. Wofür steht die SPÖ unter Pamela Rendi-Wagner? Nein, ich sage Ihnen, für Mut zur Verantwortung. Das sind wir. Ich habe Mut zur Verantwortung in Zeiten, wo niemand, auch die zwei bekannten Mitbewerber 2018 nicht und 2021, diesen Mut nicht hatten. Jetzt geht es Richtung Neuwahlen. Jetzt bringen sich einige wieder in Position. Nicht überraschend. Aber diese Verantwortung hängt man nicht an den Nagel, wenn es schwierig wird. Und diese Verlässlichkeit, Mut zur Verantwortung, die bringe ich mit. Und diese verlässliche Sozialdemokratie braucht auch Österreich. Hätten wir geklärt, klingt wie eine Wahlrede. Dann sage ich danke, Frau Rendi-Wagner, für den Besuch im Studio. Danke, Frau Schnabel.